Ich bin der Betriebsfahrt, also. Was? Ich glaube nicht. So was gibt's hier nicht. Noch nicht. Was? Was? Hm. So. Ähm. Okay, das hat funktioniert super. Ah, herrlich. Faggen. Ich brauch dann noch ein Trichtero. 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 So umständlich, glaube ich. So umständlich. Das hilft nix. Da muss ich echt nochmal Aizen holen von unten. Aber passt eh, ich brauch neue. Oh ne, ich hab noch Kartoschkis. Kartoschkisoyos. Oh nein. Mhm. Was ist hier außer Kontrolle geraten? Ist gar nix. Mhm. Naja. Glaub ich dir das mal. Bist bestimmt beim Hühnerfüttern reingefallen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel Hühnchen zu essen. Das ist doch positiv. Ist doch bei den Hühnern reingefallen. Ja. Und dann ist losgegangen. Wahrscheinlich noch mit Weizenkörnern in der Hand. Dass auch ja alle hinterherlaufen. Es waren so viele, dass ich den Block nicht mehr platzieren konnte. Ich musste über ein Dutzend abschlachten. Und selbst dann habe ich es nicht mehr zugekriegt. Bis ich jetzt nochmal die Hälfte zerhackstückelt habe. Sehr schön. Ich mache mal nicht so viele. Mal gucken. Großzügig hier vorne. Großzügig. Ja, wir wollen doch einen Eingangsbereich haben, oder nicht? Anscheinend wollen wir das. Ja, wir wollen das. So, und jetzt kommt das Schlimme. Der Riftschwung. Das ist eigentlich wurscht, welchen ich nehme, ne? Der hier ist billiger. Der Hüftschwung, ja. Also, vielleicht nicht nur einen, ne? Noch mal mehrere. Dann brauche ich... Ach, der kann ich wieder nicht bauen, weil ich keine Niederquartz hier habe. Ah, doch, da. Wieso hätte ich hier ein Zombie hier in der Hütte? Weiß ich nicht. Ich will bis meine Kollegen wieder. Kollegas. Was sind deine Kollegen? Ah. Ah. Hä, wo bist du bitte? Unten. Also, ja, da hörst du die schon. Das ist schlecht. Das war zu weit. Das war zu weit. Ja, komm. Da kann ich... Ah. Das ist interessant. Das war zu weit. Das war zu weit. Ja, komm. Das ist schlecht, er wird das nach unten abwerfen. Ich brauche noch eine Spendung, der... So. So. Okay, einer hätte gereicht. Scheiße. Hm. So. Genau, da... Wie lange muss das jetzt? Da muss ich da oben wieder den Dreadstone platzieren. Eieieiei. Ich sehe schon, das wird problematisch. Das kommt mit der Leitung da in... Probieren wir es mal. Okay. Okay. Oh Gott. 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 da wächst es wunderschön der Sandstein ist nice wie findest du dieses Modul bis jetzt? Modul ich ja eigentlich gar nicht schlecht ich bringe mal eine Spinne mit ich habe gerade keine Waffe ja toll Floddy rockt das Floddy ich bin schön hm ah jetzt die Nacht wird durchgeschlafen oh yeah good morning good morning good morning good morning Floddy was machst du? Pferdestall ich muss mir das jetzt angucken ich habe das nicht mehr im Kopf mach mal mal einen kleinen Card das wird schwierig so und back ziehen schon alle wieder angieselt da vorne ist ne da vorne ist ne Truhe da kannst du gucken da ist alles drin aber dann hört es auch auf ja alles gut so was brauche ich für den hier ziel block ein Strohballen ein Strohballen brauche ich tatsächlich dringend für die Maschine ja ich bringe die Löcher in Raum ok super ich mach mal hier das noch zu super yeah mhm vonvergack äh äh hast du auch alles wieder angepflanzt? oder? weil ich baue jetzt die Felder da um du machst das ok ich dachte Floddy alles gut alles ja weil du ich dachte du hast so abgeerntet ne ne ich hab grad nichts abgeerntet also da müssen wir hin zielblock dann brauchen wir einen komperator naja gut 1,2,3 ist voll weg naja und für ein Repeater brauchen wir das glaube ich auch oder? äh Verstärker meine ich ja auch 3 1,2,3 perfekt so der leidet Erde der leidet Erde das kommt weg so so ziel für für stärker haben wir unten noch Stein? zur Not musst du da Miene kommen da ist genug da Aua Aua er fiel und kam nie wieder zurück ja muss ich das echt jetzt mit Notenblöcken machen? öh ah ja wurscht was solls ich weiß nicht wie viele ich brauch Notenblöck ah ne der brauche ja gar keinen ach der braucht nur Heizton und Holz das ich jetzt gerade nicht hab yay wie macht man so ne unendliche Wasserquelle? hier Blocke auszuheben und dann das überall Wasser achso naja nur links und rechts diagonal gesetzt das reicht dann wird's ne unendliche oder so yeah schon wieder drüber gehupft? oh holzankorb Konzi würfelst du das dann nachher noch mit Tuffstein durch? äh mit Andesit und Tuffstein achso ja ok bisschen Tuff Tuff Hammer nämlich ich weiß ja ich weiß und Gladerstein kommt auch noch ran boah und Zwiegelstein auch edel echt ein Edelschuppen hier so ich bin ja kein Amateur ich bin hier kein Amateur ich bin hier kein Amateur jetzt ist halt die frage so ja bad meinste hm oh oh wow Er befördert jetzt gerade alles irgendwo hin. Was ist wohin denn? Da wo? Wer klopft denn da auf sein Mikro? Der klopft keiner auf sein Mikro. Hast du da einen Notenblock? Kann ich gerne machen, bist aber drauf. Ach, das ist ein Notenblock. Muss ich machen, weil... Ich mag Techno nicht. Gib uns den Bass. Uff, 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 uff. Leute, bad. Bin in der Haya. Geht nicht. Ja, okay, doch, muss ich bevor... In der Haya, in der... Nein! Bist du einmal in der Kreativwelt? Hast du gleich die Befehle von Techno... Ah gut, wenn man weg geht, geht's auch weg. Super. Uff, 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 uff. Oh, ich liebe das Ding. Ich lass ihn mir jetzt immer so laufen. Nein, die hört man nachher nicht. Ich will aber, dass man die hört. Ich komm da mal vorbei und hör mal rein. Die sind fancy. Fancy. Sau? Konsti! Ich war's nicht. Ich brauch dich mal. Ich bin sofort, ja. Ich kann das Wasser nicht begradigen. Nein, es begradige das Wasser. Ich komm. Ach, warte mal, jetzt hat sich ein großer... Ah, ich glaub ich krieg's hin. Was, jetzt soll ich jetzt kommen oder nicht? Komm ich doch nicht mehr. Warte mal. Alter, das ist ja wie eine... Ah, nee. Wolle. Ja, ihr macht's für mich jetzt gerade nicht einfacher. Warte mal, wo muss ich jetzt... Muss ich irgendwo noch einen hinsetzen? Hast du den Wassereimer für mich? Ja, warte. Da. Der schadet ja richtig. Das macht richtig. Daune. Ja. So, fertig. Hinde ist er. Danke. Okay, das sollst du lassen, das steigert vielleicht die Arbeitseffizienz in uns. Ja, richtig. Wie damals die römischen Galern. Meins. Mach wieder an. Der ist die ganze Zeit an. Der ist an. Ah, jetzt komm ich wieder, ja. Uts, uts, uts. Oh, ist das geil. Der knallert richtig. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Jetzt ist er aus. Keks. Mach den sofort wieder an. Das erinnert mich irgendwie gerade an Spongebob mit den rückmischen Bienen. Wenn die Musik nicht an ist, sind die Bienen nicht rückmisch. Und? Und? Also da oben geht's rein, aber... I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to film. Move it, ja, ja. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid. Ja. Hilf der Bass dir dabei nicht. Ich bin ja auch blöd. Jetzt kommt noch so das... Todessinär zu, der klickert. Ja, ich mache Musik. Lass mich in Ruhe. Du kannst da echt einen guten DJ draus machen. Das ist echt lustig immer wieder. Keks, was solltest du über eine andere Karriere über den Hotel nachdenken? Mh, ich merke schon. Minecraft DJ. Du, 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 du. Drück nach links, wie wild. Ah, ja. So, jetzt ist natürlich die Frage... Ja, uns ist gleich vorbei. Nein. Hier, du machst das aus. Das bleibt jetzt nicht so. Das geht mir tierisch auf den Sack. Das wird die Partybude. Jetzt hämmert er richtig. Geil. Ich habe die Lautstärke ein bisschen eingestellt. Das ist ein komischer Takt. Hä? Jetzt ist er... Ich habe die Lautstärke ein bisschen eingestellt. Beziehungsweise die Höhe. So ein Spiefer, der war da. Hey, ja es sind wahrscheinlich alle, achso, vielleicht liegt das auch. Ne, es sind, es ist einfach alles an Dings transportiert. Es ist alles an Bambus, was gelagert war, ist fertig, oben. Ja, ich meine, jetzt müssen wir da nicht so viel machen, glaube ich. Also man könnte jetzt noch, ich mache mal noch mehr. Trichter, naja, vielleicht nicht 39, ne. Das ist dann doch ein bisschen too much, aber... So. 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 Da müssen wir mal da reingucken, da ist ein Trichter, der da nicht reingehört. Da ist auch noch ein Trichter, der da nicht reingehört. Oh Gott. Okay. So, das heißt, Auto befüllt mit Brennstoff wird es schon mal. So. 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 Oh. So. Oh, ja, 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 ja. Okay. Dann ist es ja eh gut, dass ich nur welche von denen gebaut habe. Dann ein Doppel-Einlass. Eins, zwei Stück brauche ich. Zwei Spender noch. Ich habe hier noch Koblet. Techno. Es ist immer nur so viel Techno, wie auch Sachen da reinfahren. Ich schmeiße gleich den Stack Cobblestone rein. Es ist doch schon wieder... Ne, das verklumpt nämlich alles. Was du nicht sagst. Sonst mache ich Techno aus. Ich schwöre dir, wenn du das magst. Das Gute ist, es füllt sich jetzt schon mal mit Brennmaterial. Sollten wir vielleicht pennen gehen? Wäre cool, ne? Ja. Ich bin nur unterwegs. Mach ich. Irgendwie ist diese Wiese hier absolut Creeper verseucht. Ja, wir müssen dringend dann hier mal umleuchten und sowas. Richtig. Und also Monster Protected machen. Ja, genau. Das war die Brücke. Das war's, aber... Ja, das war schon. Ja, das war's.